Die meistgestellten Fragen zum Thema Sitzbefestigung. Welche Schalen sind passend? Wir haben es so ausgelegt, dass alle gängigen Schalen in unsere Sitzbefestigung passen. Eine schmale Schale, wie zum Beispiel vom Sparco Sprint bis hin zu einem Recaro Pole Position über breite Schalen, wie zum Beispiel Sparco Pro 2000 XL. Diese kannst du montieren und wirst dennoch mittig vor deinem Lenkrad sitzen. Kann man eure Sitzbefestigung eintragen? Ja, bei uns im Hause können wir alle Sitzbefestigung eintragen in Kombination mit einem Recaro Pole Position und mit dem originalen OEM Dreipunkt Gurt. Ist ein Käfig für eine Eintragung zwingend notwendig? Nach aktueller Gesetzeslage ist es nicht der Fall. Wir können dir deine Sitzbefestigung in Kombination mit dem Dreipunkt Gurt eintragen, auch ohne Käfig. Diese Gesetzeslage kann sich allerdings leider nahezu täglich ändern. Kann man unsere Sitzbefestigung mit anderen Bauteilen anderer Hersteller kombinieren? In manchen Fällen kann das möglich sein, allerdings empfehlen wir komplette Speed Kits, denn diese Kits wurden speziell für dein Fahrzeug entwickelt, sodass du immer mittig, tief und sicher sitzt. Alle Komponenten sind aufeinander abgestimmt. Welche Laufschienen sind kompatibel? Unsere Sitzbefestigungen sind kompatibel mit Sparco Laufschienen und mit Recaro Laufschienen. Auf der Produktseite kannst du die Laufschiene gleich mit dazu ordern. Unsere Konsolen haben ein doppeltes Lochbild, sodass wir beide Laufschienen abdecken und sie somit kompatibel mit allen unseren Systemen sind. Einbau und Eintragung ist bei uns simpel umgesetzt. Auf der Produktseite, wo du deine passende Sitzbefestigung findest, kannst du per Klick den Einbau und die Eintragung ganz einfach mit dazu buchen. Bitte beachte, dass du den Einbau pro Seite, sprich Fahrer oder Beifahrer mit dazu buchen musst, um die Eintragung jeweils nur ein einziges Mal. Die Eintragung zählt automatisch immer für Fahrer und Beifahrer. Einbautermin. Nachdem du den Einbau auf der Produktseite mit gebucht hast, kontaktieren wir dich mit einem Terminvorschlag. Falls du einen Wunschtermin hast, schreib es gerne in das Kommentarfeld deiner Bestellung und wir werden versuchen, das zu berücksichtigen, solange alles lieferbar ist. Wie ist so eine Sitzbefestigung aufgebaut? Der Grundaufbau ist wie folgt. Auf der Basis hast du eine Konsole. Diese Konsole wird auf das Chassis geschraubt. Darauf befindet sich eine Laufschiene und darauf unsere L-Adapter. Die L-Adapter haben unterschiedlichste Geometrien in Abhängigkeit des Fahrzeugs, um mittig vor dem Lenkrad zu sitzen. Die Konsolen haben unterschiedliche Formen. Entweder sind sie einteilig, wie in diesem Fall hier, oder wie bei den meisten BMW-Fahrzeugen, sind die Konsolen zweiteilig. Dokumente und Unterlagen. Sollte die Eintragung nicht in unserem Hause stattfinden, sondern du das Ganze bei einem Prüfer deiner Wahl machen möchtest, so findest du in der Bestellbestätigung einen Download-Link mit allen Materialzertifikaten und Nachweisen, dass bei uns alles Made in Germany ist. Bitte beachte, dass wir vorab keine Materialzertifikate ohne verifizierte Bestellung rausschicken. Du findest dein Fahrzeug nicht in unserem Produktportfolio? Wir bieten auch Einzelanfertigungen an. Das läuft wie folgt ab. Du stellst uns dein Fahrzeug für genau einen Tag zur Verfügung. Wir werden das Ganze 3D scannen und vermessen. Im Anschluss bekommst du deine Einzelanfertigung zugeschickt nach circa vier bis sechs Wochen. Schreib uns gerne eine E-Mail. Folg uns gerne auf Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und damit sollten alle Fragen geklärt sein. Du bist anderer Meinung? Dann schreib uns gerne eine E-Mail und das Team wird dir bei produktbezogenen Anfragen gerne helfen. 1 2 3 4 6